hallo freunde herzlich willkommen zu diesem neuen video bei let's play gaming war gerade bisschen durcheinander ich beweise euch dass wir uns hier in diesem raum im tresorraum selbst befinden und nicht außerhalb das beweise ich euch merkt euch diese tür hier und gleich seht ihr andere türen und jetzt diese tür das ist die innenseite von dem tresorraum die tür geht hier nach innen zu beziehungsweise nach außen auf und wenn ihr genau achtet seht ihr hier so sieht die tresor-tür von außen auf besser kann man das bei der shark zeigen wo ich auch noch mal gleich hin gehe und deswegen denke ich dass hinter dieser tür irgendwie eine andere welt ist und wenn ihr genau darauf achtet dort seht ihr auch so was wie die tür von draußen aussieht und die tür nun mal nach innen auf und das ist irgendwie ein fluchten weg also das ist meine theorie meine vorne theorie wir gehen jetzt noch mal zu der schad dort kann ich es besser zeigen glaube ich und ja also meine vermutung ist das hier ist der kleine tresorraum und da hinten versteckt sich noch eine welt bis gleich bei der shark so leute wir sind jetzt bei der shark so und hier kann man es besser sehen videos auf dieser seite aussieht und wenn man nur die tür vor sich hat und sich so könnte ähnlichkeiten haben also wie gesagt ich denke dahinter ist einfach noch ein raum versteckt das war eine vermutung was ist eure vermutung schreibt es in die kommentare lassen lassen abo da aktiviert ich auch wieder mit den linken dann verpasst